Willkommen wieder mal bei OE24 TV, Conchita Wurst. Am Freitag der große Amadeus, der geht ja schon gar nicht mehr ohne dich, oder? Endlich, ich freue mich so. Ja, ich freue mich total, dass ich das immer noch machen darf. Jetzt sind wir wieder im Volkstheater, zu Hause, wo wir hingehen, mit Publikum, mit allen Nominierten und Nominiertinnen. Wobei, Nominiert ist ja eh gender neutral. Ja, ich freue mich sehr. Es wurde auch Zeit. Ich finde es gut, dass die Show immer stattgefunden hat in irgendeiner Form, aber das ist halt jetzt. Ich denke, für dich, du hast das ja in beiden Varianten gehabt, mit Publikum, quasi dann nur für eine Kamera. Du warst dann schon ein Stein vom Herzen, dass man das sieht. Na, sicher. Also wie gesagt, es ist eh super, dass er war. Aber wenn ich nur mal in einem leeren Raum einen Witz machen muss. Nicht mit mir. Du hast ja jetzt schon quasi die größere Rube an, also darf man wieder Oscar von dir erwarten, oder? Ja, was denn? Ich tue halt immer hin und her und jetzt habe ich wieder Lust. Ja, wir bringen wieder Glamour. Ein bisschen an Glamour, das darf schon sein. Wie viele Outfits hast du eingepackt? Wie viele wirst du ausführen? Na ja, haben da die fünf? Ob sich das ausgeht, ist die Frage. Schauen wir mal. Aber es ist ja auch für dich, so wie du gesagt hast, das war das letzte Mal quasi in einem leeren Raum, jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen so ein Gassentreffen. Jetzt kann man die Leute endlich wieder treffen. Vielleicht sogar umarmen, wenn keiner inschaut. Ja, ich weiß gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Verordnungen und Regelungen gucke ich gar nicht nach. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt wird sich schon irgendwo ein Busserl aus dem Backstage. Dieses Mal ist das Rilmao ja etwas anders. Man weiß ja, 80er weiß man ja schon. Das ist ein bisschen schräg, oder? Ja, ich denke mir natürlich auch, es lässt ein bisschen die Spannung raus von der eigentlichen Show. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder gut, weil der Amadeus quasi jeden Tag im Gespräch ist. Und ich glaube, das war der Sinn und Zweck der Übung, dass halt mehr Aufmerksamkeit auf die österreichische Musikszene gelenkt wird. Und das finde ich schon gut. Natürlich, ja, wenn es dann die Nominierten vorlässt, dann machen wir es mal so. Ja, wir machen es ja auch für die Menschen, die vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, was passiert ist, und die daheim zuschauen. Und die werden es so spannend, dass sie das möglich machen. Wie schwierig ist es in Zeiten, wo wir noch immer in einer Pandemie leben, wo ein Krieg unweit von uns ist, bringt man diese Dinge ein in die Moderation, oder sagt man, man hat da ganz einfach einmal einen Abend, wo man das alles vergessen soll? Also ich vor das Programm, dass ich mir denke, ich nehme natürlich daran teil, ich schaue, was passiert, und versuche irgendwie über meine Plattformen Informationen zu streuen, beziehungsweise zu helfen, wo ich kann. Und auch, finde ich, ist der Optimismus extrem wichtig. Und wir sitzen da nicht drinnen und sind ignorant und sehen nicht, was in der Welt vor sich geht. Aber wir nehmen auch den Moment für uns wahr. Ich glaube, das ist total wichtig. Erstens, um die Vielfalt dieses Landes, dieser musikalischen Landschaft zu feiern, und zum anderen einfach auch ein bisschen zu tanken, was ich meine, ein gutes Gefühl, aber wir brauchen das, ich finde, und auch die Menschen, die dann uns zuschauen vom Fernseher, wir wollen schon auch einen Moment lang einfach eine Gaude haben. Und eben, wie gesagt, Glanz, Oskar, und das kann ja auch Unterhaltung, Mithaltung sein. Ja, absolut, absolut. Es ist ein G-Beard für den Willi Resetar jetzt geplant. Ja. Machst du da mit? Inhaltlich weiß ich jetzt gar nicht, wie das jetzt gelöst wird, ob es musikalische Beiträge gibt, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir werden natürlich darauf eingehen, das ist eh klar. Er war nominiert, und es ist so arg, weil es ist so überraschend gewesen, oder? Am Heldenplatz habe ich noch für ihn einspringen dürfen, da haben wir ihm gewünscht natürlich, dass er gesund wird, und dann hat das auch alles gepasst, und plötzlich die Nachricht, und das ist so, also ich habe es dir jetzt gar nicht so wirklich geglaubt, und dann denkst du immer noch, was der alles da hat für dieses musikalische Land, was er da hat für die Menschen, die halt vom Schicksal benachteiligt wurden, und das halt immer mit so einer Integration und so einer Selbstverständlichkeit, das ist schon, ja, man kann nur seinem Beispiel folgen. Ihr habt es ja schon getroffen, oder? Ja, an unserem Weg haben sich einige Male gekreuzt, und gerade auch, weißt du, ich bin halt auch durch Phasen gegangen in meiner Karriere, wo mich die Leute nicht so ernst genommen haben, und ich habe von ihm nichts als Respekt erfahren, und das vergisst man natürlich nicht, ja. Warum hat man dich in Phasen nicht ernst genommen? Na ja, früher, weißt du, beim Songcontest, mit dem Board und hin und her, und dann heißt es Wurst da noch, und dann, ja, singen habe ich mittlerweile auch geübt, also, weißt du, es gab schon ein paar Punkte, wo man sich gedacht hat, nein, ich weiß es nicht ganz. Schaust du dir das an, was du früher gemacht hast, oder ist das... Nicht bewusst, nicht bewusst. Wenn es irgendwo kommt. Genau, wenn es irgendwo kommt, dann schaust du mal hin, und ich finde es ja, also, ich finde es ja total wichtig, also, ich finde wichtig, dass man über das, was man früher gemacht hat, auch so ein bisschen Kritik üben kann, weil dann merkt man, okay, jetzt hat sich was getan, und wenn ich immer noch alles so geil finden würde, was ich früher gemacht habe, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, das hat mich ja dahergebracht, und das ist schon, ja, ich glaube, also, über das Armenier, da hat es Phasen gegeben, da habe ich mir das nicht ausschauen können. Und jetzt denke ich mir, mei, so Liab, der Buhr, so Liab, ja. Ja, aber gut, das gehört ja alles zur Entwicklung dazu, sonst würdest du ja nicht heute hier stehen, wo du stehst, ja. Heuer bist du nicht nominiert bei Mama Theos, aber nein. Ich bin lange nicht mehr nominiert. Warum? Warum eigentlich? Was machst du denn noch so viel? Naja, weiß ich nicht, vielleicht mache ich zu wenig Musik, aber Musik kommt jetzt am laufenden Band, weil ich habe ziemlich outside jetzt mit dem Martin Zerzer, mit dem schreibe ich meine Musik, und mit dem Lukas Klement, der produziert das, und wir drei kochen, und ich freue mich voll, wenn ich alles aussehen kann, weil es ist eine große Vielfalt an Musikalität. Ja, und dann weiß ich nicht, schauen wir mal. Es gibt ja wieder einen Namen, Adios. Nein, schauen wir mal. Du, ich bin ja nicht, oder? Du, die Stänge da hinten herum. Ja. Ganz ehrlich, du wirst mich aufhalten. Weil du gesagt hast, neue Musik machen, und ich schreibe auch, also du schreibst jetzt wirklich selber. Das war ja etwas, wo du lange mit dir gehadert hast, ob du dir das zutraust, aber jetzt sagst du, ich bin jetzt mittlerweile so weit angekommen, dass ich weiß, wie das funktioniert. Absolut, absolut. Und da muss ich wirklich sagen, dass der Martin, der hat mich da ungleich, was soll ich sagen, in den Mangel genommen, weil in der Pandemie, ich bin dann da so, egal ist, nein, du willst es nicht, und er hat mir gesagt, was, 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 dann lern. Und dann, sobald ich mein Ego beruhigt hatte, und jetzt, jetzt taugt es mir voll. Also ich habe wirklich jetzt verstanden, was das für eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken, und einen kreativen Output, und egal, was du erlebst, kannst aus allen Dingen einen Song machen. Und ich finde, einen Song schreiben, das ist wie so ein Sudoku-Rätsel lösen. Du weißt genau, wenn es hast. Und der Moment ist einfach unbeschreiblich. Voll geil. Viele Leute haben in der Pandemie kochen, backen, was auch immer gelernt, du hast das quasi für das Song schreiben verwendet. Ja, ich habe Songwriting gelernt. Genau, und es gibt so viele verschiedene Zugänge. Und gerade das zu verstehen, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Weil ich bin halt immer so ein Mensch, wo man dann denkt, ach, das ist nicht gut, und das ist nicht gut. Aber darum geht es nicht. Und es geht um den Prozess. Nur weil es jetzt nicht gut ist, heißt es noch lange, das sind drei Stunden, was Besseres gefunden hast, weil das da gestanden ist. Also, sich auf diesen Prozess und auf den Weg einzulassen, die ist so eine innere Ruhe, glaube ich. Die hast du. Ja, ich mache viel Yoga, meditieren tue ich auch, das taugt mir recht. Willst du da selber draufkommen, oder habt ihr irgendwer gesagt, das wäre gut für dich? Das Ding ist das, ich trainiere relativ lang, schon relativ regelmäßig, und habe aber nicht Übungen gemacht, nach denen. Und ich habe solche Verspannungen gekriegt, und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Wo ist das her, wo geht das hin? Und dann hat es mir immer sehr gesagt, naja gut, du musst schon ein bisschen was tun, weil sonst keine Wunder wirken. Und dann habe ich angefangen, und es ist instantly besser geworden, aber nicht nur, man ist ja so jung, wie die eigene Wirbelsäule. Und nicht nur, dass das besser geworden ist, aber du kommst da runter, du konzentrierst dich auf was an, und es ist echt eine Pause, und es gibt ein Davor und Danach, ich kann es allen empfehlen. Zurück zum Songwriting, du hast ja, wenn du was rausbringst, dann kann man ja sagen, das ist ja flotter Pop, Electronic, sehr trendy, aber du hast es ja trotzdem geschafft, deinen aktuellen Hit, am Heldenplatz runterzubrechen, auf akustisch, was ja dann wirklich einen Song ausmacht. War dir das bewusst, dass dir das so ausgeht, oder ist dir das auch wichtig, dass das so ausgeht? Mir war es nicht gleich bewusst, dass sich das ausgeht, aber in dem Pool, also ich meine, das war der Einzige, den wir bis dorthin veröffentlicht hatten, es gingen sich nicht alle Songs mit der Gitarre aus, aber bei dem schon, und das ist arg, weil meine Freunde ja gesagt haben, ah, okay, das ist jetzt ganz ein anderer Layer, weil du mehr auf den Text hörst, und das ist weniger die Atmosphäre und das Drumherum, sondern man hört wirklich zu, und das ist, ja, ich lieb das, also ich hab das bei der Gaga auch schon geliebt, oder? Dann haben sie ihre Hörer rausgehauen und dann mit dem Klavier und dann denkst du, ah, darum geht's, ja genau. Wann sieht man dich wieder auf der Bühne, ist abgesehen vom Amadeus? Abgesehen vom Amadeus, wo bin ich denn überall? Ich bin ganz schön unterwegs, Spanien im Sommer, also ich bin viel unterwegs, Diversity Ball bin ich, Diversity Ball, und ich glaub sonst ist das in Wien momentan, da muss ich gleich schauen, gell, zur Chefin, schau ich gleich, genau. Aber so eine Tour oder sowas ist dann in Folge der Songs? Genau, eine Tour ist jetzt heuer mal nicht geplant, schauen wir nächstes Jahr, wird mich natürlich voll gefreut. Du hast zwei absagen müssen und hin und her, du warst die Erste quasi, die es getroffen hat. Ja, das mit der Tour, das war Wahnsinn, weil man hat es verschoben, verschoben, verschoben und irgendwann sagst du, okay, aber es ist kein Ende in Sicht und dann haben wir es abgesagt und das möchte ich natürlich nachholen. Nur ganz ehrlich, ich will es jetzt auch nicht mehr mit dem Programm von vor zwei Jahren machen und darum schauen wir, dass jetzt mal genug zusammenkommt und dann haben wir drauf. Es war ja bei dir immer die Frage, wer ist das jetzt? Conchita, Tom, Wurst, unter vielen Dingen. Vorher diese Frage stößt ich. Ja, ja, jedes Mal, weil sie ja nach wie vor relevant ist. Weil sie ja nach wie vor relevant ist. Du spielst ja so gern mit deinen verschiedensten Images. Ja, ja, es ist so, es ist einmal das, einmal das, ich kann mich halt auch nicht entscheiden beziehungsweise im Hose mehr nicht und ich will nicht wirklich. Conchita, Wurst, ist halt irgendwie die Marke und der Name, mit denen alle was verbinden und das wird es auch bleiben und ich glaube, ja, in die individuellen Situationen sag ich halt, dann weiß ich, jetzt sag Tom zu mir, weißt du jetzt. Am Helpenplatz warst du ja als Tom und Conchita quasi angekündigt. Weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist wahrscheinlich nicht so schnell gegangen, dass du dir irgendwas hinschreiben haben müssen, ohne dich zu fragen. Aber du fühlst dich wieder wohl in Conchita, du fühlst dich auch wieder wohl in Kleider. Ja, voll. Es ist eine echt so Phasen und ja, ja, mir taugt es voll. Mir taugt es voll. Jetzt habe ich wieder, momentan habe ich, mein Gott, das ist ein uninteressantes Thema, aber momentan habe ich wieder viele High Hills auch, habe ich auch gemerkt, das ist früher leichter gegangen. Naja. Ja, aber da gibt es wahrscheinlich auch andere Übungen außer Yoga oder was auch immer. Noch nicht, aber vielleicht. Botox in die Füße. Botox in die Füße. Würdest du das machen, dass du High Hills tragen kannst? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ich muss das schon sagen, momentan denke ich mir so, hm, soll ich mal probieren? Bist du dem nicht abgedeilt? Ich liebe es. Ganz ehrlich, ich liebe Plastic Surgery und mir ist das wurscht, wie das, weil es gibt dann Leute, aber nur wenn es gut macht, das ist I don't care. Ich liebe das, wenn sie sich die Lippen aufballern lassen, das taugt mir voll. Taugt mir voll. Na sicher, warum nicht? Es kann durchaus sein, dass du dann nicht nur mit neuer Musik, sondern auch mit neuen Lippen über... ... ... in deinem Gesicht komme. Merci. Jetzt von Conchita ist es natürlich nur ein ganz kleiner Sprung zum Song Contest, der ja relativ bald wieder über die Bühne geht. Bist du in Turin dabei? Ja, ich bin dabei. Ich freue mich so. Ich muss immer schauen. Nein, 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 ich darf dabei sein. Ja, ich freue mich total, aber als Gast. Also es gibt nicht wirklich was für mich zu tun, aber ich freue mich voll. Ich meine, ich bin, ich weiß nicht, ich bin ja voll involviert, also in meiner Welt. Und ja, es sind viel gute Leute dabei. Extrem viel. Was heißen wir? Hey, I love it. Super Nummer. Oder? Ich habe mir auch gedacht, geil, dass sie sich für das entschieden haben, weil ich muss ja sagen, ich habe ja schon vorher alles gehört. Also ich habe nicht mitentschieden, aber man erkennt halt Leute. Ist es auch wichtig, dass du das vorher hören kannst? Na, wichtig nicht, aber ich freue mich natürlich, wenn es mir dann wird, sagt. Und dann mache ich mich wichtig. Also, in den vier Wänden. Wenn man will es ja schaffen. Aber Lumix ist großartig. Lumix, taugt dir so, wir schaffen das Finale. Lumix ist ja, ja. Also das Finale muss ja ausgehen. Ganz ehrlich. Nein, das geht ja aus. Oder? Das ist eine super Nummer. Mir taugt es voll. Ich finde, das ist so jetzt und wo, ein Video haben sie gemacht im Kunsthistorischen, glaube ich. Großartig. Taugt mir. Und sonst hast du einen Favoriten, meine ich. Du hast ja wahrscheinlich. Ich finde, Serbien ist großartig. Die Nummer ist extrem geil. Die Ukraine ist großartig. Ich glaube, ist ein Favorit, oder? Ich glaube, heuer geht es um den zweiten Platz. Kann man fast sagen. Ja, ich glaube, das ist... Aber ganz ehrlich, unabhängig von dieser Situation, es ist schon auch gerechtfertigt. Also wenn die gewinnen, allemal. Italien ist auch wieder stark. Italien, die hauen drauf. Nackert. Nackert. Entschuldige. Samrider, UK, die machen sich erst einmal wieder mit, kommt mir vor, seit ein paar Jahren. Oder? Ja. Ja, weil der ist ja Wahnsinn. Ich glaube, die haben jetzt so viele Hallen durchbaut, der Song mit denen, die haben wieder mal. Jetzt haben wir Zeit. Wir hätten jetzt Zeit zum Gewinnen. Aber du, Teilnehmen, nein? Ich habe immer nein, nein, nein gesagt. Nein, ich glaube nicht. Oh Gott, nein, das kann ich nicht machen. Wenn ich nicht gewonnen hätte, wahrscheinlich schon. Aber so, no. Nein, ich weiß nicht, vor mir zehn Jahre. Vielleicht, wenn ich so desperate bin, dann komme ich wieder. Magst du eine Party, zum Songkontest? Oder wie zelebrierst du das? Ich bin in der Halle. Du bist in der Halle. Sonst hast du ja immer eine Party. Na sicher, sonst geht es schon ab. Das sind immer die legendären Partys, wo dann die Polizei kommt. Einmal im Jahr. Die werden sich bewundert, was er herkommt. Einmal im Jahr, aber das ist immer so, meine NachbarInnen, die wissen das schon. Also wenn ich daheim bin, das wird mich immer verziehen. Dann wissen sie, naja gut, seit drei Weihnachten, sage ich ja. Ist es so? Also ist der Songkontest, ist so in deinem... Ja. Ja. Tu mir, das Event, die Meta-Ebene davon, einfach, dass die Leute zusammenkommen und alle irgendwie sich gegenseitig supporten und es gibt keine, was weiß ich meine, es gibt keine Negativität in dem Sinn und alle können mehr oder weniger machen, was sie wollen auf der Bühne und es gibt keine Ausgrenzung und ich meine, ganz ehrlich, also das ist ja das, wo man hin will und es ist so schade, dass der Songkontest so lange irgendwie so einen schlechten Ruf gehabt hat, dass es so extrem kitschig ist und hin und her. Ich kann mich erinnern, für mich war es, seitdem ich ein Kind war, war er Songkontest. Voll. Ich finde, also ich finde, dass es musikalisch immer besser wird. Ich finde schon alles, es hat ein paar Jahre gegeben, dass du gedacht hast, na gut, was tut's denn jetzt? Aber es ist einfach auf so einer hohen Qualität und die SongwriterInnen, die da mitschreiben, das ist die Crème de la Crème. Weißt du eigentlich, ob ich irgendeine Madonna oder sowas in der Kategorie heuer passiert? Der Mika. Ah, na gut. Mit Manneskind hast du ja super, weil die sind ja quasi seit Langem wieder, die haben jetzt keine Cella gespielt, die haben im Vorprogramm der Ironics Tons, da spielst du ja nicht, wenn du das nicht kannst. Ja, ja, voll, voll, voll. Also das ist seit Langem wieder... Eh, eh. Also die sind eh alle dabei. Stimmt, der Mika, der moderiert ja auch. Ja. Glaube ich, oder? Ja, 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 ne, ich freue mich extrem. Das ist jetzt ein Wahnsinn. Das heißt, du bist dann auch eine Woche in Turin, bist du bei allen drei Shows dabei oder nur beim Finale? Ja, ich bin im Finale. Eine Woche bin ich nicht dabei. Nein, eh. Stell dir vor, na, mich hat keiner gefragt. Ja, vielleicht haben sie es vergessen, vielleicht jetzt. Naja, du müsstest ja aber in die Bubble. Weil die sind ja alle in einer Bubble jetzt. Das ist nicht spott. Darf ich nicht mehr. Aber fürs Finale geht es jetzt aus. Das sehe ich, ja. Aber du gehst dann wirklich in die Bubble? Tust du dich zurückziehen? Kannst du das überhaupt? Ich glaube, um ein Gast zu sein, musst du nicht in der Bubble sein. Aber wenn du auf der Bühne stehst, dann darfst du nicht krank werden. Ja. Nicht gewusst. Party gibt es beim Amadeus keine. Das geht da ab, oder? Oder ist das... Weißt du, warum es mir angeht? Weil ich finde, der Austausch so extrem wichtig war. Weil es ist einfach die Musikbranche, die sich da trifft. Und wir haben sicher alle genug zu erzählen. Und das ist so ein bisschen, wo du denkst, ja, es ist schade. Aber der Grund ist natürlich total verständlich. Spend mir das Geld lieber. und ich hoffe, dass es irgendwie zu einem privaten Austausch kommt. Aber ich finde, diese Aftershoopartie, dass ich sage, das brauchst du. Ich finde, nach so einem Event, du musst einfach irgendwie runterkommen und du bist dann so in der Emotion und das ist echt schade, wenn man das dann nicht... Ja, ist ja richtig. Du gehst hin und dann gehst du wieder heim. Und genau das gehört ja dazu, das Feiern. Und vor allem auch nach dieser langen Zeit und es ist ja doch das Klassentreffen, das Austausch. Ja, das ist es wirklich. Mike freut mich so. Ich kann es nicht erwarten. Noch zurück. Du hattest, nach deinem letzten Hit hast du eine Coverversion für den Film ausgebaut. Und das war ja ein Udo Jürgens Cover. Unsere zwei Songcontest-Gewinner. Wie war denn das für dich, dass du den Udo coverst? Nein, es war Wahnsinn. Also, dass ich das machen darf, dass ich da bei dir und mein Onkel eben bei dem Film da den Song singen durfte. Ich weiß, was ich will. Udo Jürgens. Ich bin dringestanden im Studio und es ist gut gegangen, muss ich sagen. Der Zeba hat das produziert und wir waren echt so geil. Also, das geht sich schon gut aus. Und ja, es ist natürlich eine Ehre, dass ich das dafür, was der Udo Jürgens lernt, und da musst du schon mit vielen Menschen sprechen, dass sich das dann irgendwie ausgeht und dass zu mir einfach auch das Vertrauen geschenkt wurde, dass ich das gut mache. Das ehrt mich sehr und ja, ich liebe die Nummer. Ich liebe es. Also, ich höre mir auf da. War dir diese Meta-Ebene bewusst? Song Contest-Siegerin, Sieger singt Song Contest-Siegerin, mehr gibt es ja aus Österreich nicht. Na, sehe ich mir das bewusst. Und das ist natürlich eine Verbindung, die wir haben. Und zum anderen ist Udo Jürgens erstens mal was, was ich schon seit kleinem gehört habe durch meine Eltern und ein bisschen meine musikalische Erziehung und das steht mir ja, möchte ich sagen. Ja. Das steht mir schon. Weil du sagst, ich stelle dir immer dieselben Fragen, dann stelle ich auch nicht die immer gerne stelle. Was macht die Liebe? Hahaha. Thomas. Was macht die Liebe? Na, was sag ich meistens. Ich bin verliebt in das Leben. Ja. Na, mir geht es sehr gut. Ich habe gerade Yoga und Meditieren. Das räumt die Zahl. Und ich finde, für die Liebe, das muss passieren. Also, für mich ist das kein so ein Ding, was auf der Checklist steht. Weißt du was ich meine? Es gibt so viele Leute, die sich irgendwie da so hin bewegen wollen und sagen, und dann... Pasch mal ein paar Tage aus der Liebe. Ja, und irgendwie auch meine bessere Hälfte und hin und da. Ich sehe mich ja nicht als Hälfte. Also, das ist so ein bisschen mein Zugang dazu. Und ich denke mir, na, sicher, wenn es mich da wischt, dann wischt es mich. Ich wehre mich jetzt nicht, aber ich suche nicht danach. Nein. Ich ist mit der Liebe. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich.